Herzlich Willkommen zum Kapitalgipfel 2017 mit Top-Informationen rund um die private Geldanlage. Hier geht es unter anderem darum, ob man passiv oder aktiv anlegen soll und diese Frage gebe ich jetzt im Detail weiter an Dr. Gerd Kommer. Er ist passionierter, passiver Anleger. Er ist Buchautor und Geschäftsführer der Gerd Kommer in West GmbH. Also Herr Kommer, zunächst die übliche Definition vom passiven Anlegen. Da heißt es, man bildet nur den Markt ab und ist auch nicht besser als der Markt. Und dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was ist der Markt? Da gibt es den Aktienmarkt, da gibt es den Rentenmarkt, da gibt es den Währungsmarkt und da gibt es noch verschiedene Länder. Also das ist alles nicht so einfach, wenn man sich da was zusammenstellt wie ein Portfolio, dann ist man doch schon aktiv, oder? Ja, in der Tat. Also der Markt, den kann man in dem Konzept Assetklassen ausdrücken. Es gibt zum Beispiel den globalen Aktienmarkt. Das wäre dann wirklich der globale Aktienmarkt. Das sind Schwellenländer, das sind Industrieländer, das sind Large Caps, Mid Caps, Small Caps. Also man kann den Aktienmarkt in viele, viele Teilmärkte oder Sub-Assetklassen, wenn Sie so wollen, im globalen Aktienmarkt aufteilen. Und das Gleiche gilt für alle anderen Haupt-Assetklassen oder Märkte. Es gilt für den Anleihenmarkt, es gilt für den Rohstoffmarkt, für die Devisen, Edelmetalle und so weiter. Also sicherlich muss sich ein passiver Anleger ganz zu Anfang ein hinreichendes Verständnis des Begriffs Markt, was ist das und wie teilt er sich auf, verschaffen. Naja, halten wir fest, also auch der passive Anleger muss ein bisschen aktiv sein. Was sind aber generell dann die Vorteile von passivem Anlegen? Also passive Anleger wird man, wenn ich es jetzt mal ein bisschen sarkastisch und frech ausdrücken will, weil aktiv investieren einfach nicht gut funktioniert. Ein passiver Anleger hat, wird das in erster Linie deswegen tun, weil sich vielfach, vielfach bestätigt hat, dass aktive Anleger den Markt eben nicht schlagen können, wenn man richtig rechnet, richtig vergleicht, aber gleichzeitig auch dabei noch hohe Kosten verursachen. Also diese ganzen Fees und die Kosten, die durch diese große Aktivität verursacht wird, Beraterfees, Research Fees etc. Und wenn es so ist, dass ich durch all dieses hektische Hin- und Her-Traden im allgemeinen Markt gar nicht schlagen kann, dann macht es Sinn, diese Kosten zu vermeiden und niedrige Kosten des passiven Investierens nur in Kauf zu nehmen. Aber es gibt ja immer wieder Phasen, wo die Märkte ganz kräftig fallen, also auch beim passiven Anlegen mit ETFs hat man dieses Marktrisiko dabei. Ich erinnere nur an die Dotcom-Blase, da hatten wir beim DAX ein Minus zeitweise von 75 Prozent. Also muss man dann als passiver Anleger Schmerzen aushalten können? Ich würde sagen, Renditen sind generell ein Schmerzensgeld, wenn Sie diese Terminologie mögen. Sie sind die Kompensation für Risiko. Ein kluger, passiver, ein rationaler, passiver Anleger betrachtet Risiko als etwas, das er bewusst nimmt, versteht und dafür kompensiert wird. Er wird auch nur Risiko nehmen, das kompensiert wird durch Erträge, durch Renditen. Da ist es nämlich so, dass es bestimmte Risiken in allen Asset-Klassen gibt, die nicht kompensiert werden, also nicht durch erwartete Rendite kompensiert werden. Und ja, also ganz salopp die kurze Antwort auf Ihre Frage ist, ich muss, wenn ich Erträge haben möchte, wenn ich Renditen, vielleicht auch hohe Renditen haben möchte, muss ich auch bereit sein, die Downside, nämlich den Schmerz, in Kauf zu nehmen. Was soll man beim passiven Anlegen möglicherweise dann auf keinen Fall machen? Sie hatten das schon angedeutet hin und her, das ist gar nicht gut, aber die Frage stellt sich natürlich immer, wie kommt man denn zu einem vernünftigen Portfolio? Was muss man da möglicherweise beachten? Wir haben angesprochen das Risiko, aber es gibt natürlich noch ein paar andere Dinge, die man in die Überlegung mit einbeziehen müsste. Gut, also es gibt viele Strategien und Produkte, die so ein bisschen sich das inzwischen in Mode gekommene Mäntelchen des passiven Investierens umhängen, aber in Wirklichkeit nicht wirklich, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht echtes, kluges, rationales, passives Investieren sind. Da laufen so Dinge wie Core-Satellite-Ansatz, also ein bisschen passiv und ein bisschen aktiv, also Thema, ein klein bisschen schwanger sein, wollen wir alle, geht aber nicht. Und dann gibt es auch im Robo-Advisor-Markt Leute, die letztlich zum Beispiel mit ETFs, an sich eine gute Sache. Die heutige Veranstaltung geht ja hauptsächlich darum, werben, aber in Wirklichkeit Market-Timing, also das rein und raus, zeitlich bedingte rein und raus, mit ETFs praktizieren. Das ist auch aktiv investieren, das ist eben nicht passiv investieren, das wird manchmal verwechselt. Und generell sollte man die passiven Produkte, die man in seinem Portfolio hat, verstehen. Man sollte Kosten minimieren, man sollte Konstruktionsrisiken vermeiden und so weiter. Also wie sieht ein einfaches, passives Portfolio heute aus? Da können Sie uns einige Hinweise geben. Früher hatte man immer ordentlich Renten darin gehabt, ungefähr zur Hälfte und die haben ja noch Renditen gebracht. Renten bringen heute nicht mehr, also Anleihen nicht mehr so unbedingt, Renditen. Was würden Sie empfehlen für so ein mittleres, ausgewogenes Portfolio? Was sollte man da drin haben? Also wenn jemand seine Risikotragfähigkeit oder Risikotoleranz richtig untersucht und eingeschätzt hat, seinen Anlagehorizont, seinen Liquiditätsbedarf, dann kann man zum Beispiel zu einer 60-40 oder 50-50 Allokation aus dem risikobehafteten Teil versus dem risikoarmen oder risikofreien Anführungszeichen gesetzt, ganz risikofrei gibt es nicht, kommen. Und ja, dieser risikofreie Teil bringt heute keine Rendite mehr. Also das Beste, was man im Moment da hoffen kann, ist eine reale Nullrendite. Fußnote, das wird auch mal wieder anders werden, um Gottes Willen, also die Welt bleibt nicht stehen. Und aus einem 60-40-Portfolio oder 50-50-Portfolio könnte man theoretisch schon mit zwei ETFs umsetzen. Einem ETF, das ganz banal den globalen Aktienmarkt abbildet, zu sehr niedrigen Kosten und auch beinahe überlappungsfrei, wirklich den gesamten globalen Aktienmarkt, 46 Länder, Industrieländer, Schwellenländer, alle Größenklassen, das gibt es alles, zu sehr niedrigen Kosten und dann den erwähnten risikofreien oder armen Teil über einen zum Beispiel Staatsanleihen-ETF, das in kurzfristige bis vielleicht drei Jahre laufende europäische Staatsanleihen in Euro oder in Euro gehätschte, wir wollen da kein Währungsrisiko mit reinbringen, investiert, ist alles sehr simpel. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren, wir halten auf jeden Fall fest, man braucht ein breit diversifiertes Portfolio über Anlageklassen hinweg und auch eben in der ganzen Welt sozusagen vertreten. Weitere Informationen und Videos zum Thema Geldanlage mit ETFs können Sie abrufen unter extra-fans.de